Und ich sah einen großen, weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor des Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Städte gefunden, und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken, und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfohl. Das ist der andere Tod, und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfohl. Der Verzagten aber und Ungläubigen und Gräulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfohl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der andere Tod.